Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Ich hab 789. Ich hab 704. Nein! Oh mein Gott, nein. Yes! Nein! Wir könnten das doch mal eigentlich zusammenspielen, oder? Hey Leute, was geht? Was geht? Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt wieder und wir werden heute ein neues Spiel spielen. Das haben wir noch nicht gemacht. Das nennt sich Guess How Many. Also auf Deutsch so viel wie Rate oder Schätze, wie viel. Vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht hat der eine oder andere schon gespielt. Und wir bekommen hier immer so komische, äh, komische, naja, verschiedene Gegenstände in ein Glas, äh, mitbefüllt und wir müssen raten, was passiert hier denn? Wir müssen raten, wie viele da drin sind, das geht hier ab. Was ist das denn? Das ist ja voll krass. Leute, schaut euch das mal an, was passiert da oben? Naja, okay. Was ist das? Also anscheinend müssen wir jetzt herausfinden, wie viele, äh... Sind das Erdnüsse? Naja, nicht Erdnüsse. Äh... Und die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Gibt eine Vermutung ab. Wie sind das? Äh... Was ist Acorn? Was ist das? Diese Haselnüsse, die Eichhörnchen essen. Wo soll ich wissen, wie viele da drin sind? Kann man da zählen? Donny, was denkst du? Boah, ich hab keine Ahnung. Vielleicht... Die Zeit! Oh nein, die Zeit, wir haben noch 10 Sekunden. Okay, ich geb jetzt einfach mal ein... Ich bin da unter Druck hier. Ich geb mal ein, so... Tausend... Ich geb irgendwas ein. Nicht sagen. Was? Wie, was? Und? Man konnte... Was? Nein! Ich hab 500! Ich hab 500! Echt? Beste Schätzung von... Aber nicht von dir. Nee, aber... Ey, ich bin auf Platz 2! Stimmt! Ganz ehrlich? Was? Ha! Ich hab 660 eingegeben. Erst wollte ich 1500 eingeben. Ja, bisschen zu viel, Donny. Ja, ey, ich wollte zuerst 1500 eingeben. Ja, aber man... Das kann man ja halt auch gar nicht wissen. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, man weiß ja nicht, wie groß das Glas ist. Okay, jetzt... Oh mein Gott. Schaut euch mal... Ey, ich muss sagen, also... Können wir erst mal darüber sprechen, dass die Animationen richtig cool sind und immer unterschiedlich sind. Jetzt kam so ein grünes Portal. Okay, how many marbles? Okay, ich glaube... Äh... Ah, ich glaube, man kann hier nicht mehr als 1000. Also nicht mehr als 999. Das ist schon mal gut. Eingeben? Ja, genau. Stimmt. Du kannst nur... Okay, ich war eben ja sehr nah dran. Also maximal 999. Aber das... Uff. Die sehen ja schon groß aus, ne? Ganz ehrlich, ich glaube auch so... Mal schauen. Ich hab jetzt was eingegeben. So. Ich auch. Okay, ich bin gespannt. Ich hab 700 eingegeben. Was? Echt? Was? Oh nein. Ey, die waren doch so groß wie die Haselnüsse. Krass. Ich dachte, das sind vielleicht mehr. Ja. Okay, also, Leute. Das ist schon ein sehr, sehr lustiges Spiel. Weil man lernt dadurch auch wirklich schätzen und raten, ne? Oder raten. Ja, raten kann man immer wirklich lernen. Ja, ich war schon immer richtig schlecht bei sowas. Man lernt zu raten, Leute. Ja, genau. Und ich bin mehr gespannt, was jetzt die nächste Animation ist denn. Das ist ja richtig cool, oder? Nächster Füller. Das Spiel kann ich besser raten. Nächster Füller. Was ist das denn? Weiter geht's. Was kommt jetzt? Wieder die Figur. Oh, spinn. Ich muss los. Ich muss los. Nein. Spinne oder Ameisen? Ich muss los. Also, es gibt eine Form. Oh, schau mal. Aber das sind echt wenige. Guck mal, die eine hängt da noch so oben in der Luft. Oh, ne, oder? Zählt die jetzt eigentlich auch mit? Ich weiß nicht. Leute, ich habe so einen Spinn. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch Spinn hast. Und Leute, ihr könnt natürlich nicht mitraten. Ihr könnt natürlich vielleicht nicht mitraten. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das sind viele. Ich glaube, das sind vielleicht, keine Ahnung, 350? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind zu viele. Weiß ich nicht. Ich glaube, so viele sind es gar nicht. Ah, ich wusste es. Ich habe 250 gesagt. Was sagst du? 250. Mann. Ey, das ist wirklich, ey, wirklich. Da bin ich auf Platz zwei. Beste Schätzung. Um vier verzählt? Okay, krass. Das ist zwar heftig. Ich bin auf Platz zwei. Aber Platz zwei, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal Platz zwei gewesen. Ja, also, ganz ehrlich, großes Respekt meinerseits. Meinerseits, weil... Danke. Ich finde das schon echt krass. Jetzt kommen wieder Haselnüsse. Kommen wieder welche? Ja. Hä, schon wieder? Ja. Äh, wie viel war das denn eben nochmal? 508 waren es eben. Aber mal schauen, wie viel das jetzt kommt. Das sind die gleichen. Oha. Oha. Was? Das sind viel mehr jetzt, ne? Ja, glaube ich auch. Oha. Vor allem war das vorher auch so voll. Gestern wir mal nehmen. Nein. Okay, dann gebe ich jetzt einfach mal ein. So. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, das stimmt. Also, Leute... Ich habe irgendwas da gegeben. Irgendwas? Ah. Ja. Ja. Also, man muss wirklich sagen, das ist schon sehr cool, weil es ist jedes Mal halt unterschiedlich befüllt, ne? Also, äh, unterschiedliche Größen und unterschiedliche Menge. Also, man hat ja schon bei den Spinnen gesehen. Was? Nein! 606! Ey, ich bin ja viel zu weit. Bist du auch viel zu weit? Ja, ich habe 635. Ich hatte 800 noch was. Beste Schätzung. Uff. Das ist jetzt so... Ah, Pain. Oh man, ja wirklich. Ich bin ganz unten. Ich bin ganz unten. Aber ich bin auf dem zweiten Platz gewesen. Du bist jetzt auf Platz zwei. Nice. Yes. Okay, sehr cool. Ach Mensch, nächste Artikel sind Lollys. Nice. Lollys, okay. Leute, habt ihr bis jetzt schon die Sachen richtig erraten? Schreibt das mal in die Kommentare. Oder beziehungsweise wart ihr da dran. Ja. Das ist schon wirklich schwer, oder? Leute, ihr könnt ja mitspielen jetzt. Ehrlich? Und zwar, ab dieser Runde. Ich schreibe es immer auf einen Zettel auf, was ihr da nehmt bei den Lollys. Und dann könnt ihr es in die Kommentare reinschreiben. Lolli, erste Runde, zweite Runde oder sowas, falls die öfter kommen sollten. Oh Gott. Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe eine Vermutung. Ich probiere es mal aus. Ich glaube, das sind zu viele. Nee, ich glaube nicht, dass das so viele sind. Ich glaube, ich weiß nicht, das sind zu viele. Was? Ach nein. Boah, ich wäre so nah dran gewesen. Ich bin so ein Depp. Ich habe 91 eingegeben. Ich bin so ein Depp, ne? Wieso? Wieviel hast du eingegeben? Ich hatte erst 200. Ich glaube, 2, 3, 4 habe ich eingegeben. Oh, okay. Dann bin ich aber noch runtergegangen. Bei mir war es eigentlich egal, weil ich habe tatsächlich einfach nur... Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Okay, was ist das jetzt? Wattestäbchen. Wattestäbchen. Das sind doch sehr viele, oder? Nee, guck mal, das ist nicht halb voll das Glas. Das sieht nicht viel aus, aber es sind viele. Ich glaube... Warte mal, wie viele Wattestäbchen es gibt. Das hätte ich auch gerne. So, ich... Ich gebe nochmal einen. Nein, das sind auf keinen Fall... Das Gute ist, man hat wirklich Zeit, um nochmal alles zu korrigieren und nochmal alles ein bisschen umzuhändern. Gute. Das ist wirklich... Ja, es gibt nochmal einen zurück. Bin ich da dran? Bitte, 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 bitte. Wieso habe ich nochmal? Das gibt es nicht! Nein, ich habe aber auch um 200. Da bin ich jetzt wieder auf Platz... Da bin ich auf Platz 2. Ey, um 2? Ich bin auf Platz 3 und du auf 4? Ja, was? Okay. Meisterhunden gespielt. Ah, perfekt. Ich habe mich da gar nicht drauf. Nee, leider noch nicht. Oh Mann. Ja toll. Oh, es kommen wieder die Spinnen. Oh nein. Ich habe keinen Bock auf Spinnen. Dieses Mal... Ich nehme mir hier lieber die Münze. Ja, die Münze sind auch ganz gut. Die sammle ich die ganze Zeit nebenbei ein. Ich habe keinen Bock auf Spinnen. Guck mal, die schwimmen schon wieder in der Luft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spinnen es eben waren. Eben waren es echt viele. Ich glaube... Das ist halt nicht wie Rage Runner oder eine OB, wo man ein bisschen Geschicklichkeit hat. Man kann... Ich habe keine Ahnung, das ist safe so viel. Nein. Ich habe das Doppelte angegeben. Ich habe 400 noch was eingegeben. Oh mein Gott. Wir sind schlecht. Ja, total. Das ist schlechter jetzt gerade. Ja, wirklich. Irgendwas noch leichter. Weil... Wie soll man denn da bitte schön besser werden? Man kann natürlich versuchen zu zählen. So 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, moin. Aber es geht halt nicht. Nein, das ist unmöglich. Ja. Und natürlich kann es ja auch unterschiedlich sein. Es können ja vielleicht im Endeffekt nur 200 drin sein. Aber... Oh, schau mal da. Das Glas ist größer geworden. Was? Ja. Ja. Was? Ist das Hundefutter? Ach, das ist Geld. Oh. Was? Nein, das sind Cookies, oder? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Aus so einem Sparschwein? Stimmt. Aber das ist doch berechtigt. Leute, dachtet ihr auch, dass das Hundefutter ist? Leute, guck. Ey, das gibt's doch nicht mehr. Ja, okay, komm. Was? Komm, das ist auf jeden Fall... Das ist viel. Das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel. So. Ich glaube, so um die Zahlen... Ich sag's jetzt noch nicht, bevor die Zeit abgelaufen ist. Nicht, dass Elli geheimtippt. Jajaja, ich hab meine eigenen. Ja. Was gibst du? Ich weiß gerade auch nicht was. Also, okay, wir können ja schon mal sagen, es ist safe über 500. Glaub ich. Hab ich auch, ja. Ich hab 789. Ich hab 704. Nein! Ah! Ich wollte erst irgendwas... Alter, was? Yeah! Beste Schätzungen. Richtig gut, Elli. He he. Okay, das ist richtig krass. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Irgendwie hab ich das gespürt. Ich wusste... Irgend... Irgendetwas in diesem... In meinem Studio hat mir gesagt... Wirklich, ich... Ich weiß nicht, aber ich hab... Ich will gar nicht flexen, aber ich wusste... Ich wusste einfach... Elli wusste... Elli hat gezählt. Ich wusste das. Okay, was ist das? Würfel. Oh nein. Ach, eine Wolke ist das. Eine Wolke, ja. Ich wusste das einfach. Leute, ich hatte so einen Geistesblitz. Ja, da... Kannst du mir das nächste Mal auch sagen, so ein bisschen? Was du so schätzt? Ja, ein bisschen, ja. Okay, also hier... Okay, das sind viele Würfel, glaube ich. Oha. So, ich probier's nochmal. Okay, eben. Ich muss nochmal an dein Glück von eben denken. Nein, nein. Ich hab wieder so ein Gefühl. Wenn das jetzt... Wenn das jetzt über die Zahl ist, die ich... Also wenn das jetzt die gleiche ähnliche Zahl ist, die ich vorhin... Weil ich muss sagen... Vorhin bei den Teercrackern, da wollte ich auch 600 noch was eingeben. Ich hab mir gedacht, nein, das werden über 600 sein. Hat nicht vergessen. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich's nochmal getauscht. Wenn das jetzt über 700 wird, dann fasst ich aus. Scheiße. Ich hab... Yes! Ah! Yes! Oh, was? Oh, Elli. Ey, dankeschön. Oh mein Gott. Ich glaub, du hast dein Geistesblitz mir einfach rüber teleportiert. Ey, das gibt's nicht. Krass, Mann. Ey, das sind... Das ist Glück gewesen. Donny, das ist Glück. Ja, genau. Bei mir ist Glück, bei dir ist... Komm, Donny. Ich würde sagen... Wir haben jetzt ja beide... Waren ja jetzt beste Schätzung, ne? Ja, genau. Ey, voll cool. Erst du dann nicht? Und wer in der nächsten Runde am nächsten ist von uns, ja? Ja, genau. Schau mal, so Leuchtensticks. Was ist das? Leuchtensticks! Sind das diese Knickdinger? Ja, genau. Knicklichter. Mit dieser Flüssigkeit. Knicklichter. Ja, genau. Wie viele Knicklichter sind das? Mann, ich steh im Weg, Donny. Ah... Oh mein Gott. Ich muss mal hier das von Weitem weg. Okay. Ich glaube, ich glaube, das werden schon echt einige sein. Ja. Boah, ich hab voll Angst jetzt, ey. Ich hab Schiss jetzt. Ich kann's... Okay. Vielleicht sind es doch ein bisschen zu viele, die ich jetzt eingegeben habe. Ich hab auch zu viel eingegeben. Egal, ich lass sie stehen. Ich lass sie stehen. Ich lass sie stehen. Oh nein. Nein, 612. Ja, okay, gut. Ich hab mir schon gedacht. Ich glaub, du bist näher als ich, Donny. Ich hab übertrieben. Wieso? Wie viel hast du eingegeben? Wir werden's jetzt sehen. Was? 802. Ja, okay. Ich bin gar nicht mehr mit drauf. 50. Guck mal, ich bin so schlecht... Nein, du musst ein bisschen unter scrollen. Ja, ich bin unten. Haha. Ich bin gar nicht mehr drauf. Haha. Ich bin gar nicht mehr drauf. Haha. Ah. Okay, was kommt jetzt? Was ist das denn? Jellybeans! Ja, aber Leute, also Donny meine ich... Boah, Jellybeans! Leute und Donny, du warst ja jetzt besser als ich, ne? Die Schätzung. Ja, genau. Ich hab 750 ergeben. Du hattest ja irgendwie 800 oder so, ne? Ja. Egal, lass noch eine Runde machen. Ich merke, das macht irgendwie süchtig. Das ist so ein bisschen... Ja, wirklich. Hat hier so Rückspielpotenzial. Nicht gut. Genau, weil jede Runde halt so kurz ist, ne? Ja. Das ist wirklich gut. Man kann echt ein paar... Guck mal, guck mal auf Deutsch. Jellybean. Ach, Geleebohnen. Ich dachte grad Gelee, hä? Geleebohnen. 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 Das sieht nicht viel aus, aber... Ich glaub, das sind schon echt einige. Ich geb's jetzt noch mal ein. Ich probier's jetzt noch mal. Ich probier's auch noch mal, Lalo. Tschakka. Komm. So. Ich würd' sagen, letzte Runde. Ist das die letzte Runde, Donny? Ja, gucken wir, ob wir richtig fliegen. Wir müssen ein Ende finden. Ja. Oh mein Gott, nein! Yes! Nein! Was? Ich hab grad mal die Hälfte. Nein! Nein, nein, nein! Ich hab erst 809 eingegeben, dann hab ich's aber geändert. Oh mein Gott. Schau. Schau mal, Elli. Krass. Ich hab erst 809 eingegeben. Boah, krass. Aber ich hab mir gedacht, nee komm, mach's 839. Krass. Nein, das hätte mein Sieg sein können, hätten wir das Video beendet, aber... Komm, letzte Runde, Elli. Letzte Runde. Ja, okay, wirklich. Last one. Last, last, last. Leute, das macht wirklich so süchtig. Das macht so viel Spaß gerade. Ja. Was ist das? Okay, so Kuscheltiere, ne? Sind das Kuscheltiere? Ja. Oh mein Gott. Donny, fischst du mir so ein Einhorn raus in meine Lieblingsfarbe? Einhorn? Ja klar, ich versuch jetzt da hoch zu kommen, aber ich glaube... Das wär voll cool, wenn man da mit rein könnte. Ja, stimmt. Oh Gott, das ist ja auch nicht einfach. Okay. Ich geh mal ein bisschen Risiko. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht allzu viele sind. Ja, ich bin gespannt, weil die sind ja eigentlich groß. Ja, genau. Weil ich hätte jetzt locker gesagt wieder das ganze Glas voll über 600. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Donny, ich bin so ein Loser, ne? Tower of Hell Trashman. Trashman. Ey, cooler Name. Ja. Also, der gewinnt die ganze Zeit. Krass. Egal. Leute, wir müssen ein Ende finden, Donny. Ja. Leider, 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 Leute. Ich würde sagen, uns hat das mega Bock gemacht. Auf jeden Fall. Ich hab so eine Idee, Donny. Wie wär's denn? Also Leute, ich hoffe, ihr habt natürlich mitgeraten und schreibt fleißig in die Kommentare. Und Leute, ich finde, das ist doch eigentlich ein cooles Spiel, was nochmal wirklich zusammenspielen könnte, oder? Also zusammen, zusammen und damit meine ich mit euch. Denn, wie wär's denn? Wir könnten das doch mal eigentlich zusammenspielen, oder? Auf jeden Fall. Also, find ich eine richtig coole Idee. Das bedeutet, wir könnten ja so einen Private-Server öffnen und dann könnten wir das zusammenspielen. Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, also ich glaub, Donny auch, mega, mega Bock drauf, dann könnten wir zusammenschätzen, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare, weil dann könnten wir das doch eigentlich machen. Genau. Ja. Wäre ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr dafür. Ich auch. Und Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und, äh, schreibt mal in die Kommentare, wer gewonnen hat, Donny oder ich. Hahaha. Und, äh, und ob wir das halt, ja, beim nächsten Mal zusammenspielen sollen. Ja, wir würden uns freuen. Und dann, äh, würde ich, äh, sagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Bis dann, Leute. Okay, wir müssen das Spiel jetzt ausmachen, weil sonst... Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Nehm ich heute Nacht noch hier. Oh, ja. Leute, bis dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.